Herzlich willkommen zurück zu The New Super Mario Bros. The Next Levels und wir gehen weiter in Welt 4, 5. Das war ein schneller Anfang. Und vielleicht wird es auch eine schnelle Folge, in der ich schnell sterbe oder schnell das Level schaffe. Mal gucken. Ja, ja. Das Level, was mich jetzt die ganze Zeit schon wieder fertig macht. Obwohl es gar nicht so schwer ist. Man muss einfach nur wissen, was auf einen zukommt. Und ich weiß es nicht. So. 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 Das ist alles total easy eigentlich. Vor allem, wenn man hier so eine Flamme hat, die alles niedermacht. So. Hallo. Ich möchte gerne das so. Geht das eigentlich ohne, dass ich... Ja, geht sogar. Ich mache es mir total schwer die ganze Zeit. Und werde jetzt hier einfach durchrennen. Und hier werde ich aufpassen müssen, weil da unten war ja der Tod und so. Also der Tod, T-O-T. T-O-D. So. T-O-D. Gott. Oh man. Ähm. Nein! Gib mir Yoshi. Gib mir. Boah. Du Sau. Lass mir Yoshi genommen. Vendetta. So. Aha. Da. So. Ich da rein? Nein. Hier bin ich ja gestorben das letzte Mal. Oder nee. Oder? Oder doch. Doch bin ich. Das ist... Ich bin so kurz vorm Ziel gestorben, wie immer. So. Wow. Wenn ich den Sprung mit dem Kuchen verkackt hätte, hätte das auch schief gehen können. Krasse Sache. Egal. Welt. Jetzt kommt Schluss, ne? Das Schloss kommt jetzt. Nach dem Pilzhaus. Ja. Wir sind schon beim Schloss. Oh mein Gott. Das ging ja fix. Und ich kriege wieder ein Pilzhaus nicht da links. Das finde ich so gemein. Und ich glaube nicht, dass in dem veränderten Level noch Secret Exists existieren. Ansonsten korrigiert mich. Ich weiß nicht, ob es irgendeiner von euch gespielt hat. Ein Stern. Ja gut. Kann man gebrauchen. Konnte ich ja schon öfter. Sonst hätte ich noch welche, wenn ich sie nicht hätte gebrauchen können. So. Auf zum Schloss. Vier Schloss. Mal schauen, was dieses Schloss für uns bereithält. Ein Schloss. Wer hätte es erwartet? Ich glaube, es ist Standard. Zumindest sieht es... Nein, nicht Standard. Okay. Oder doch Standard? Man weiß es nicht. Ich gerade weiß es nicht, weil ich die Level überhaupt nicht im Kopf habe. Auf jeden Fall weiß ich, dass es ein Schloss mit diesen Stacheldingern gibt. Oh Gott. Nur wo das war, kann ich euch... Nein. Das ist gemein. Das war jetzt gemein. Das fand ich nicht korrekt von dir spielen. Überhaupt nicht. Oh nein. Das finde ich noch unkorrekter von dir. Es ist nicht original. Nein. Kann auch nicht sein. So, was gab es im Original? Ich weiß es echt nie. Deswegen sage ich das immer. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Hm. Nehmen wir eine Eisblume mit. Dafür habe ich das Original zu wenig gespielt. Aber das habt ihr dann bestimmt ganz oft gespielt. Das Original. Und könnt mir das sagen. Ob das jetzt Original war oder nicht. Ähm. Dafür habe ich euch ja irgendwie. Ne? Ich meine, ihr findet es lustig, wenn ich faile. Könntest du jetzt noch hoch springen? Danke. Dafür könnt ihr mir ja wohl sagen, ob das hier Original ist oder nicht. Ja. Fände ich cool. Geben und nehmen. Ich gebe euch Fails. Ich nehme euch die Infos. Ja, genau so. Würde ich das bezeichnen. So. Ja. Wer da einen eigenen Bumerang hat. Oh Gott. Schnell hier durch. Äh. Oh Gott. Gott. Das war gerade mehr als knapp. Und mit einem Fail vorbei. Geht das? Ja. Das geht. Das wollte ich eigentlich die ganze Zeit schon mal ausprobieren, ob das geht. Huch. Oh, macht der denn so einen Sprung? Töte den Driver uns. Danke. Nein. Oh, nein. Dover Fail war blöd. Doof. Tut mir leid. Nicht blöd. Doof. Doof ist das gleiche. Das ist ja egal. Und ich will noch mehr Hacks spielen. Und jetzt findet das echt nicht langweilig? Seid mal ehrlich. Ich meine, klar. Zwischendurch so ein paar Parts sind bestimmt langweilig. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es voll cool ist und so. Mich dauernd fällen zu sehen. Äh. Gut. Ich dachte, der baut sich jetzt unter mir auf. Das wäre nicht so toll gewesen. Ähm. Ich meine, würdet ihr mehr Hacks sehen wollen? Bestimmt. Oder wollt ihr irgendwie? Also ich habe ohne Ende Hacks. Ich könnte sie alle spielen. Ein Hack ist in dem Sinne kein Hack. Ein Hack beinhaltet nur eigentlich das gleiche wie der Hack auch. Aber der ist anders aufgebaut. Der hat ein Level und von da aus kann man in mehrere Level reingehen. Und der hat, äh. Veränderte Level. Also die überhaupt nichts mit der World Map zu tun haben. Kann man aussuchen, in welches Level man gehen möchte und Ich weiß nicht. Wie das erklären soll. Äh. Ja. Oh Gott, die kommen so schnell. Bam. Und geh hoch. Und lass mich durch. Häh. Oh nein. Ich habe mich nicht erschrocken. Nein, habe ich nicht. Nein, echt nicht. Oh mein Gott. Ich nehme auch schon wieder viel zu lange auf, glaube ich. Ich nehme schon wieder eine Stunde auf. Will ich das gleich alles noch ändern. Und dann überlege ich, ob ich euch auch noch eine Folge hochlade. Ich habe euch heute schon eine Folge Lost in Shadow hochgeladen. Die ja, wenn ihr gerade die Folge guckt, äh, guckt, äh, das zu dem Zeitpunkt geguckt habt, wo ich das aufgenommen habe. So, habt ihr das verstanden? Wenn ja, seid ihr gut. Das war jetzt auch nicht schwer, aber trotzdem. Oh, der Kopf ist runtergefallen. Kann er sich jetzt trotzdem zusammenbauen? Ja, kann er. Schade eigentlich. Und wie ist das unlogisch, dass er das kann? Dieser? Äh, Boomerang! Bruder! Typ. Keine Ahnung, wie ich den nennen soll. So. Und dass ich jetzt kein Power-Up habe, kotzt mich an. Oh ja, das tut es. Pam. Pang. Oh mein Gott. Nein! Oh Gott. Das war schon wieder zu knapp. Fuck. So. Töte die beiden mal. Nein! Oh! Das war nicht knapp. So. Nein, 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 nein! Oh Gott! Was zur Hölle? Vor allem, wie habe ich das überlebt? Oh nein. Wo ist die Spitze? Wenn die Spitze kommt, muss ich sofort los. So. Gut. Oh mein Gott. Dieses Level macht mich fertig. Nein! Nein, ein Fisch. Oh, Backe. Hallo, großer Drybound. Oh Gott. Nein! Lass mich in Ruhe. Ich sehe den Fisch nicht. Wo ist der Fisch? Oh. Nein, 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 nein. 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 Nein! Jedes Mal springe ich in den Vornherein. Jedes Mal tue ich das. Und ich habe kein Checkpoint gekriegt. Ich setze mich jetzt mal richtig hin hier. Ich chill hier so im Stuhl rum und... Das geht doch nicht. Ich muss doch hier eine Haltung bewahren, wenn ich hier aufnehme. Aber je mehr man aufnimmt, umso weiter rutscht man in diesen Stuhl und... Ach ja, es ist schrecklich. So. Jetzt muss ich alles nochmal machen. Verdammter Mist. Wahrscheinlich seht ihr den Seidraffer. Oh Gott, das wird nichts. Ich glaube, der Pinguin war eine Kackwahl hierfür. Ich glaube irgendwie schon. Oder? Ich weiß es nicht. Da, 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 da. So. So. Bam, bam, bam. So. Epp. Ich werde jetzt weiter labern, obwohl ich nicht weiß, ob ich einen Seidraffer mache oder nicht. Huh. Da, 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 da. So. Lalalalalalalalalalalalalala. Oh. Ja, ich singe. Ich werde hier rüber, denn es ist ein bisschen. Oh. Kotz. Ernsthaft. Kotz. Kotzig doch grad ab hier. So. Oh, das war doof. Könntest du den mal stoppen? Gute. Da lang. Dankeschön. Oh. Hi. So. Hammer, Bruder. Nein, Hammer, Bruder. Nein. Oh. Gott. Das war knapp. Das war so knapp. Mama. Geht's hier weiter? Gibt's den Power-Up? Nein? Okay. Power-Up. Ich brauche einen Power-Up. Sonst habe ich keine Chance. Oh Gott. Lass mich hier durch. Na. So. Und hier kam doch wieder so. Random irgendwann ein Hammer, Bruder. So. Lass mich durch. Nein. Oh. Fischi. Wo bist du? Da. Komm zurück. Aha. So. So. Hier kam der Hammer, Bruder. So. Ich glaube, ich werde doch keinen Zeitraffer gemacht haben an der Stelle. Schade für euch. Habt ihr keinen Zeitraffer gesehen? Ihr mögt ihn doch so gerne. Hihi. Oh Gott. Da komme ich nicht lang. Doch könnte ich. Will ich das? Ich glaube nicht. Ich glaube, da will ich nicht. Ich möchte dann doch lieber hier lang. So. Ja. Doch. So. Was. Oh. Möchte ich das? Ich glaube nicht. Ich möchte im Vordergrund bleiben. Das ist glaube ich besser. Oh. Nommst die Koopas weg. Nicht mich. Koopas sind viel leckere Ara wie ich. Oh. Wenigstens bin ich hier sicher vom Fisch. Komm. Mach hin. Bitte. 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 Oh. Fisch. Kommt ja nicht zu hoch. So. So. Checkpoint. Uhu. Gut. Oh. Wenn ich ruhig werde in dem Paar. Tut es mir leid. Ich merke, dass ich ganz ruhig werde. Weil ich konzentriere mich. Oh nein. Und es gibt hier böse Fischis. Böse Fischis. Die, wenn sie mich sehen, mich total angreifen. Aber hey, meine Eisbälle machen auch Licht. Warum auch immer Eisbälle Licht machen können? Hallo. Lichtenfische. Kann ich euch einfrieren? Tut ihr mir weh? Woher auch immer die... Ach ja, Wendy ist hier, ne? Mit dem Ring. Oh Gott. Oh Gott. Ich schieße jetzt hier Dauerfeuer alles ab. Weil ich nichts sehe. Oh hi. Zum Glück habe ich einen Ping. Oh nein. Ich glaube, als Mario. oder so, wäre das alles viel anstrengender. Also als normaler Mario. Nein, 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 nein. Nicht kaputt drücken. Nicht kaputt drücken, bitte. Nicht kaputt drücken. Danke. Nein, 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 nein. Oh. Gott, das war knapp. Schwimm, 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 schwimm. Schwimm. Oh. Nein, der hat mich gesehen. Und der auch. Oh Gott. Jetzt habe ich ein Problem, weil ich keinen Pinguin mehr habe. Und nicht mehr gut schwimmen kann. Was zur Hölle. Was zur Hölle. Was zur Hölle. Nein. Oh Gott. Diese Fische. Ich sehe nichts. Da ist der Ausgang, glaube ich. Ja. Gut. Boah. Ist hier das Ziel? Nein. Nein, 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 nein. Nein. Ihr seht, jetzt sind Zeitraffer, bis ich das Level geschafft habe. Bis gleich. Nein, 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 nein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich muss erstmal die Aufnahme hier beenden, weil ich muss weg. Ich habe das Schloss immer noch nicht geschafft. Ihr werdet den nächsten Part mit einer Begrüßung sehen und ich werde dann sofort den Zeitraffer starten. Bis dahin! Und ich werde dann noch die Aufnahme hier beenden, weil ich jetzt noch die Aufnahme hier beenden,